so das ist wiki unser schatz wiki ist ein tibet spaniel mix dreieinhalb jahre alt und er ist bei uns im tierheim schon seit anderthalb jahre er ist super süß und ganz ganz lieb ein toller hund leider der wiki hat probleme mit ihren kniegelenken da dazu und aus diesem grund er muss gewicht abnehmen aber das alles ist uns leider im tierheim unmöglich und aus diesem grund er sucht dringend eine familie wir wünschen wiki für 2015 eine tolle familie